Und dann Moinzen zu, zumindest nach meiner Chronologie, Video Nummer 3, hier in dem großen Marathon, sag ich mal. Also ich bin schon gut dabei, mir den Mund fusselig zu reden. Letztes Video war der Rückblick zu VfB in Hoffenheim zum 3-0-Sieg. Und dazu natürlich auch VfB-News mit den verschiedensten Sachen, Spielplan, Tickets und so weiter, Gerüchte zu Gerasie, zu Nübel und so weiter und so fort. Deswegen, dass ihr gerne anhören, was ihr nicht getan habt, weil ihr noch nicht in dieser Chronologie, sag ich mal, drin seid, was ja auch gar nicht schlimm ist. Aber das mal zum Hinweis, das ist das Letzte, was ich hier habe. Und jetzt kommt hier, wie schon angekündigt, Nationalmannschaft, die deutschen Nationalspieler und eben auch dazu gehöre ich zu den einzelnen Nationalspielern. Geschichten, die nicht nur mit den Länderspielen zusammenhängen, sondern eben auch ein bisschen Transfergerüchte und so Geschichten, das in diesem Video. Nummer 1 ist generell Thema Nationalspieler, ne, neun Stück waren auf Reisen. Anton VfB, Führig VfB, Mittelstadt VfB, Unter VfB. Jetzt habe ich überall VfB gesagt, ihr wisst, dass ich Deutschland gemeint habe. Es wird spät, ich habe viel gelabert, es tut mir leid. Mit Ito Japan, Yong, Südkorea, Dahoud, Syrien, Mio, Frankreich U21, Stelch U21. Dann musst du erst mal sagen, geil, dass sie nominiert worden sind. In Mittelstadt hier zum Beispiel hat recht früh schon ein Bild gemacht, eine Instagram-Story beim Training und so, wo er auf den Treppen, auf dem Trainingsplatz runterläuft, neben einem Toni Kroos. Das kommt einfach sehr gefährlich, die Bilder. Auch sehr schön die ganzen Lobeshymnen und sowas, die Reaktionen darauf. Unter einem Anton-Post zum Beispiel auf Instagram, ein Karlajčić, ein Gerasi, ein Pirea sogar und sowas. Ich glaube auch irgendwo, ich habe mal ein Endo gesehen oder sowas, bin mir ganz sicher, aber habe, glaube ich, auch schon mal gesehen. Sehr schön, wie sich alle für die Jungs auch freuen, die da dabei sind. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Trikotnummern, auch dann klar geworden, irgendwann führe ich die 11, Anton die 16, Mittelstadt die 18, Unterf die 26. Ich meine, Unterf müsst ihr auch bei uns haben, die 26. Der Rest dann unterschiedliche oder andere Nummern dann, meine ich. Ich glaube, ich bin gerade auch nicht sicher, aber ich glaube, Unterf wird der Einzige sein, der die 26 auch beim VfB hat, zumindest mal als Leihspieler. Und zudem kann man auch sofort schon Unterf, noch vor der Nationalmannschaft, weil da war er auch gerade im Interview nach dem Hoffenheim-Spiel, dann beim Sportstudium beim ZDF, wurde er gefragt, wie es sich anfühlt. Nächste Woche, also zum damaligen Zeitpunkt nächste Woche, in der Mannschaft mit Neuer, Groß, Müller und so weiter zu stehen. Und was sagt er? Erste Antwort, ohne irgendwas anderes, er sagt, und Anton, und Führig, und Mittelstadt, Weltklasse-Antwort. Weil es ist logisch, es wird doch für ihn logisch sein, dass er sich freut, auf einen Groß, auf Müller, auf Neuer, auf so prestigeträchtige Spieler zu treffen. Aber so geil, dass die erste Antwort auf diese Frage ist, die erste Reaktion darauf ist, ja, quasi, ich freue mich auf die, aber vergesst nicht, ich zocke mit meinen Jungs hier auch. Anton, Führig, und darauf freue ich mich auch. Das ist eine absolute Weltklasse-Antwort. Auch er sowieso komplett den Vogel abgeschossen, im positivsten Sinne, mit dieser Botschaft, die er hatte, als er ankam. VfB sei mit rührender Botschaft, nämlich in diesem Pulli, I'm just a kid with a dream. Einfach geil. Weil genau das ist das Statement, genau das ist das Ding. Ich bin nur ein Kind mit einem Traum. Jetzt ist er hier vor ein paar Jahren in der Dritte Liga, Belgien, Meppen, der Umweg und so weiter. Jetzt beim VfB, in der deutschen Nationalmannschaft, ist absolute Weltklasse. Auch ganz witzig gewesen, PK mit Füllkrug war sehr harmonisch, war sehr witzig. In der VfB-Kabine wurde schon ein bisschen gescherzt von wegen, wir sprechen jetzt auch mit den deutschen Nationalspielern und so, hat Undaf gesagt. Und hat Füllkrug noch danach einen abgeschossen, der jetzt wäre in meiner Kabine nicht so gut angekommen, weil er ist ja der Einzige, der vom BVB da nominiert wurde. Auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Auch bei ihm gab ein Interview auf dem DFB-Kanal auf YouTube mit Undaf. Fragensturm vom Bolzplatz in der Nationalmannschaft, auch da sehr viele, sehr schöne Aussagen drin. Eine Familie bezogen zur Geschichte, Familie stolz machen und sowas. Und da wirklich ein absoluter Volltreffer, was das angeht. Ein Megatyp, auch in der Außenkommunikation, wie er sich darstellt und so weiter. An dem geht jeder Medientrainer kaputt und das ist auch geil so, das ist genau richtig so. Immer frei raus, das ist wirklich absolut wunderbar, so einen bei sich in der Reihe zu haben. Stiller ist der nächste Punkt, noch so ein bisschen reingeworfen, weil der vielleicht nochmal kurz war, generell ja ein bisschen kurz Thema, ob der vielleicht auch verdient hätte, mitgenommen zu werden in der Nationalmannschaft. Aber dann eben auch nochmal kurz Thema geworden bei vielen VfB-Fans, als es dann klar war, dass Pavlovich, der auch nominiert wurde, 19 Jahre alt von den Bayern, das Megatalent, ja abreißen wird. Dann kam aber auch richtig schnell raus, dass eben, ja, keiner nachnominiert wird für ihn. Aber auch hier Ritterschlag von Hoeneß, absoluter Fixpunkt für Stiller. Und eben auch, ja, hat er auch angesprochen, Nagesmann, Stiller angesprochen, Magmar angesprochen, dass die auch sehr nah dran sind. Und auch hier nochmal, aktuell dann eben auch Interview von Stillers. Sind sie auch ein wenig neidisch, dass ihnen noch keine Berufung vergönnt war? Stiller, nein, auf keinen Fall. Neidisch ist die falsche Einstellung im Fußball und im Leben. Man sollte gönnen können. Jeder, der dabei ist, hat es sich verdient. Doch das ist eine wunderschöne, ja, eine sehr schöne, angenehme Aussage von Stiller. Kann man absolut mitgehen. Und auch da wieder schön, dass du so Leute bei dir in den Reihen hast. Das kann man auch absolut so ausdrücken, glaube ich. Dann kommen wir zu Mittelstadt und Frankreich 0-2 Deutschland. Weil auch der natürlich ein paar schöne, ja, Zitate gesagt. Zum Beispiel auch, das allererste Trikot bekommt immer meine Mama. Sie hat das erste von der Hertha, das erste vom VfB und auch das erste, in dem ich ein Tor geschossen habe. Sie sammelt diese besonderen Trikots, deswegen gehört das erste ihr zur Nationalmannschaft. Und dann kam er schon recht früh raus in den Leaks und so weiter und so fort. Dann eben auch am Finale auf der Pressekonferenz, dass Mittelstadt starten wird. Startelf, Mittelstadt, Nationalmannschaft. Nagelsmann gesagt, wird morgen völlig zu Recht beginnen. Wurde auch gelobt, Statistiken und so weiter. Top 4 in der Welt, Top in der Bundesliga und so was, hat er erzählt. Und Nagelsmann, dann war es auch soweit. Er hat debütiert. Startelf-Debüt auch direkt dann noch mit drin. Gegen Frankreich, unterverdebütiert, kam auch mit rein. Du hast Waldemar Anton, kam auch kurz vor Schluss mit rein. Alle dabei gewesen. Führig natürlich auch gespielt, wurde auch eingewechselt, aber eben kein Debüt. Da hat er schon mal debütiert. Auch ein absolute Weltklasse-Foto dann entstanden, wo nach dem Spielende alle in diesem Heimtrikot, weiß-schwarz-rot-goldenen Trikot, zu sehen sind von hinten, miteinander am Reden sind, nebeneinander stehen. Eben die Nummern hinten drauf, die Namen hinten drauf, Anton und darf Mittelstadt-Führig. Absolut grandios. Und natürlich vom VfB aus natürlich auch einfach nur stolz. Einziger Kommentar vom VfB aus war sie stolz, weil das ist wirklich ein riesengroßes Statement. Eine riesengroße Belohnung, riesengroßer Nachweis von der Arbeit, die getan wird beim VfB. Auch hier nochmal ein Thema. Hoene ist vor knapp zehn Monaten noch in der Relegation gestanden. Jetzt stehen zeitgleich vier VfB-Spiele in einem EM-Vorbeigenspiel gegen Frankreich auf dem Feld. Das ist unglaublich. Das ist bockstark. Mittelstadt natürlich auch so ein bisschen angesprochen worden in dem Spiel. Von Beginn an hat er ein bisschen Probleme gehabt von mir aus. Aber ey, mein Gott, wer hat bitte keine Probleme gegen Dembélé auf der Seite oder auf der anderen Seite auch im Mbappé. Das ist halt schon auch unfassbares Kaliber. Frankreich absolut ein Mitfavorit, rein vom Kader her Mitfavorit auf den Sieg bei der EM. Und dafür schon sehr ordentlich gemacht, nach vorne Aktionen gehabt. Das war schon alles sehr, sehr fein. Haben auch die Experten und so auch dann gelobt. Muss man auch sagen, hat er alle reingebracht. Auch schön von Nagelsmann, auch super menschlich von Nagelsmann, alle mit reinzubringen auch. Und darf dann, ich glaube, zehn Minuten vor Schluss oder so, eine Minute vor Schluss. Aber er hat sie alle reingebracht. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und auch hier Thema Mittelstadt, Thema Experten. Wenn ein Toni Kroos nach Spielende sagt, in einem Interview, ich glaube auch gar nicht speziell darauf angesprochen, aber er wurde nicht speziell auf Mittelstadt angesprochen, aber speziell zu ihm sagt, ey, wie der das hier macht, debütiert von Beginn an Spiel gegen Frankreich und das so solide runterspielt, das ist ja vorzuheben, das war gut. Und dann kann jedem auf dieser Welt scheißegal sein, was irgendwelche Twitter-Lelics dann am Schreiben sind zu Mittelstadt. Wenn ein Toni fucking Kroos sowas über Mittelstadt sagt, dann ist damit der Case closed, Thema zu. Und auch Mittelstadt hat es sehr schön gesagt oder geschrieben auf Insta, wovon ich als kleiner Junge immer geträumt habe, ist gestern Abend Realität geworden. Debut Nationalmannschaft und so weiter und so fort, verdient das hier gegen Frankreich. Vielen Dank an alle, die immer an mich geglaubt haben. Wunder, wunderschön. Und auch mal einen schönen Abschluss noch gehabt, fast Tor geschossen. Führig auch, belebend gewesen, auch fast eine Vorlage gehabt und auch mit der ersten Aktion sofort einen Schuss aufs Tor gehabt. Sehr, sehr geil. Haben gut performt, die Jungs. Bei Anton war es natürlich auch sehr wild und auch sehr feierbar, dass der einfach für den Toni Kroos reinkam. Auch das ist ein geiles Bild, habe ich auch gemacht an dem Post mit Bildern für meinen VfB auf Insta, mit Bildern vorne im Spiel, Galerie-Post quasi. Das zum Durchklicken war auch sehr, sehr schön. Und auch da nochmal, die Mannschaft ist durch und durch ein Glücksfall. Also die vom VfB aus, die da überall dabei sind, durch und durch ein Glücksfall, was Aussagen angeht, was Repräsentierung vom VfB angeht und so weiter und so fort. Richtig, richtig stark gewesen. Anton war auch sogar auf der Sechs gespielt dann für Toni Kroos in ein paar Minuten, und weiß nicht, ob das so generell angedacht ist von Nagelsmann für Anton, aber wahrscheinlich eher einfach nur dem geschuldet, wie es halt aussah, die eine Minute bekommen hat. Dann stand er eben da, hat er auch schon mal gespielt. Deswegen auch sehr, sehr geil. Mitch hat auch gesagt, hier entsteht etwas Großes, weil das muss man auch sagen, so ein bisschen fernab vom VfB. Die Nationalmannschaft hat einen wieder. Sie hat einen wieder. Es hat jahrelang keinen Spaß gemacht, du hast jahrelang keinen Bock drauf gehabt. Auch schon allein durch die Nominierungen natürlich hat sie uns wieder oder beziehungsweise mich wieder, um es auf mich zu beziehen. Weil auch die waren schon oft einfach Quatsch. So, wo man sich gedacht hat, ja, die sind halt dabei, weil sie immer dabei sind. So, kein Leistungsprinzip. Jetzt ist hier pures Leistungsprinzip. VfB da dabei, vier Stück dabei. Natürlich auch auch absolute Weltklar. Natürlich pusht das, das ist auch ganz klar. Den VfB-Fan, dass er in der Seinmannschaft guckt, pusht das, das ist auch ganz klar. Und der Hype wurde schon ein bisschen entlöst in Richtung EM. Wir haben natürlich nicht überfliegen, jetzt nach Frankreich und Niederlande. Nicht davon reden, dass wir jetzt direkt die EM gewinnen oder sowas. Aber das war schon sehr, sehr viel besser, auch sehr, sehr viel besser als das letzte Spiel. Und der Nagelsmann wirkt die VfB-Power, die da drin ist. VfB-Achse so ein bisschen, die Leverkusener-Achse und so. Eben die, die ja gerade erfolgreich sind. Das Thema Leistungsprinzipien nominiert wird. Das Pater passt schon sehr viel zusammen. Hat sehr, 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 sehr abgeholt. Die zwei Länderspiele jetzt gegen Frankreich und Niederlande, die ja auch alles andere als ja dahergelaufenes Fressen sind, sage ich mal. Und auch Wurgemuth, nochmal gesagt, sowohl mannschaftlich als auch in der Einzelbetrachtung, war das ein sehr gelungener Abend. Unsere Jungs haben sich allesamt prima geschlagen. Bei Maxi, der bei seinem Debütssaison in der Startelf stand, konnte man sehen, wie er von Minute zu Minute in seinen Aktionen sicherer wurde. Das absolut so. Und auch dann war klar, gegen Holland wird es genauso aussehen. Gegen Niederlande, die gleiche Elf ist geplant. So war es dann auch. Deutschland 2 zu 1, Niederlande. Auch da am Mittelstelle wieder von Beginn an, muss man fairerweise sagen, war am 0 zu 1 schon gut beteiligt. Dann mit seinem Fehlpass war es, glaube ich. Aber dann halt, ich grinse mir wieder gerade einen ab von meinem Mikrofon. Nimmt er sich das Ding nach Ecke rausgespielt hinter dem 16er und jagt das Ding einfach Latte drin. 1 zu 1. Traumtor von Maximilian Geilstedt. So muss man es einfach sagen. Selbstbewusst agiert Mittelstädt. Fehler direkt wieder weggemacht quasi, wenn man ihm das Tor 100% zuschieben will, was ich jetzt eigentlich auch nicht will, aber den Fehler zumindest 0 zu 1 direkt wieder weggemacht. Ein Traumtor geschossen. Erstes Tor für den DFB im zweiten Spiel. Beide Male Startelf. Es ist einfach nur endgeil. Maxi Geilstedt. Es ist einfach so. Es wird auch so bleiben jetzt erstmal. Also der Typ ist komplett hier gewachsen, kompletter Fairliebungen geworden. Der Erste, wo ich kurz davor bin, in irgendeiner Form, das Nationalmannschaftstrikot, was ich noch nicht habe, aber eben dann bestellen müsste, oder beim VfB-Trikot irgendwo hinten draufdrucken zu lassen oder sowas habe ich schon lange nicht mehr getan, aber der Mann, Wahnsinn. Absolut Weltklasse, der Typ. Einfach die Personifikation davon, wie brutal es beim VfB läuft. Personifikation von dieser Entwicklung, die der VfB gemacht hat, eben an einem Spieler abzusehen, an der Mittelstadt abzusehen, von der Herder gekommen, vom Absteiger gekommen und so weiter. Wusste, wie läuft es? So ist er weg, ersetzt er den, bla 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 und liefert hier so ab. Geile Sau, geiler Typ auch, wie es wirkt, wie er nach außen wirkt. Natürlich auch diese ganze Geschichte hier mit diesem Major-Tom-Lied und sowas, völlig losgelöst von der Erde, aber natürlich auch so eine ganze Geschichte drumherum, dass dann zumindest im Einzelnen in Frankreich, in Frankfurt gegen Niederlande gespielt wurde. Also die Jungs haben sich, glaube ich, alle absolut eine breite Brust geholt über diese Länderspiele. Fand es ein bisschen schade, dass Undarft nicht kam gegen Niederlande, hätte ich noch gern gesehen. Wer noch kam, war Führig noch da, muss man echt sagen. Da fällt es gerade vielleicht hier so ein bisschen hinten weg, weil er eben keiner von den Deputanten ist, aber es ist ja auch dann nur sein Spiel 2 und 3 gewesen. Ich glaube, er hat einen Einsatz bekommen, dann gegen Mexiko war es, glaube ich, damals da in der einen Abstellung von Nagelsmann schon. Aber der war auch sehr, sehr belebend. Also Führig sehr, sehr belebend. Sehr gutes Element, als er reinkam. Auch das ist sehr, sehr positiv aufgefallen, auf jeden Fall. Man sitzt jetzt wieder komplett im EM-Boot. VfB ist komplett stolz auf seine Jungs. Das ist auch absolut richtig so. Auch hier sagt Nagelsmann nochmal, Maxi ist ein Top-Typ, der uns gut tut. Auch das muss man, glaube ich, generell sagen, dass die Truppe einfach gut tut, dass die Truppe gut zusammenpasst. Wie gesagt, Leistungsprinzip, du hast sehr viel Leverkusen, die ein Selbstverständnis drin haben, von wegen, wir verlieren kein Spiel. Auch da eben eine Achse drin, die sich miteinander schon gespielt hat. Da hast du Drecksäue drin, wie ein Antrich, die sich nichts gefallen lassen. Rüdiger oder sowas. Die Leute, die komplett oben auf sind, selbst so gut sind wie ein Mittelstädt, aber eben reinfinden müssen in so eine Rolle in der Nationalmannschaft. Führig und so. Und davon so. Das ist absolut geil, was da abgeht. Vorne hast du einen Würz und einen Musiala, die ja wirklich absolute, überragende Talente sind, absolute Weltkicker sind. Die ganze Truppe tut gut. Tut dem DFB gut, wie die Truppe gerade dasteht, wie die Nominierung ausgefallen. Wenn es wie die jetzt aktuell auch wahrscheinlich der breite, der weiteste, ja, im weitesten Sinne der Kader für die EM fürs Erste steht, ist brutal, brutal angenehm und tut sehr, sehr gut dem gesamten Ding, weil wenn alle fit sind, dann werden wir im Sommer keine zehn Spiele austauschen, auch keine fünf, vielleicht nur ein bis zwei. Die, die jetzt nicht dabei waren, müssen besser sein als die jetzt, sagt Nagelsmann. Ganz klares Zeichen. Vieles ja auch nicht mehr. Du hast noch keine Pause mehr. Die Saison geht jetzt so durch. Danach hast du, glaube ich, noch was war es, Ukraine und Griechenland, glaube ich, als Testspieler. Also auch wieder eklige Gegner. Welche, die vielleicht nicht unbedingt mitspielen wollen, wie jetzt Holland und Frankreich. Also wird interessant zu sehen, wie wir uns gegen die schlagen. Ukraine und Griechenland müsste es, glaube ich, sein, die Testspiele noch. Und das, ja, dann ist ja nichts mehr. Dann kommt eine Nominierung für die EM. Und das war es dann. Also da wird es, glaube ich, nicht mehr allzu viel tun. Aber natürlich Thema Verletzungen oder irgendwer fällt in der Form brutal ab oder sowas. Aber normalerweise tut es ja, wie es Nagelsmann auch gesagt hat, nicht groß viel. Ein, zwei vielleicht, aber nicht viel mehr. Groß auch gesagt, die gute Nachricht ist, dass wir zwei sehr gute Testspiele gemacht haben. Schlechte ist, dass das uns keine Punkte für das Turnier bringt, weil auch das ganz klar. Dann mal ein anderes Thema, dann die EM an Sicht. Gab auch Artikel hier nochmal vom VfB, haben wir Euphorie entfacht mit Mittelstadt hier im Interview. Absolut, das habt ihr geschafft auf jeden Fall. Und damit kommen wir auch zu den Themen ein bisschen außerhalb davon. Chris Führig, fangen wir mit ihm an. Da war ja auch klar, eine West Ham mal interessiert. Leipzig, Leverkusen, Dortmund alle interessiert. Und auch die Bayern wohl wirklich ernsthaft interessiert an Chris Führig. Und da wurde schon berichtet von 23,5 Millionen Ausstiegsklausel, die er haben soll in seinem Vertrag. und die halten wohl Lust auf den Spieler. Eberl, Freund, Hoeneß mag ihn wohl auch, den Führig. Sogar Wohlgemut muss sich schon äußern dazu. Er hat gesagt, ja, wundert mich nicht, dass Spieler von uns Interesse erwecken bei anderen Vereinen. Aber bei Führig hat noch niemand ihn kontaktiert. Er nicht, der Klub nicht usw. Also kann er nicht mehr kommentieren. Problem ist halt in dem Fall, man muss ihn ja nicht in Kenntnis setzen. Eine Ausstiegsklausel wird halt gezogen und fertig ist. Der Verein hat da nichts mitzureden. Also in dem Sinne muss halt auch nichts geschehen sein, sag ich mal, rein offiziell. Vielleicht machen wir das aus Fairnessgründen, keine Ahnung, aber rein offiziell nicht. Und da, ey, mittlerweile schreibt dann eben auch so Geschichten oder gibt es dann eben auch so Berichte, die geschrieben werden, dass, ja, quasi die Leute in Stuttgart sogar oder die verantwortlich damit rechnen dürften, dass Führig wechselt im Sommer, dass der Ersatz mit Deal schon gefunden wurde. Finde ich auch ein bisschen wild, Justin Dillers Ersatz für Führig zu sehen, ist schon auch sehr weit hergeholt. Allein in der Entwicklungsstufe, wo beide stehen, das ist schon ziemlich krass. Auch da kommt immer raus, dass schon Salihamilz in seiner Zeit interessiert war an Führig wohl. Bayern generell immer interessiert an deutschen Nationalspielen und ist ja auch immer klar, so der Klassiker. Frage ist halt so ein bisschen dieses Zaragoza-Ding, den sie auch geholt haben, auch positionsmäßig in der Richtung ist. Ist aus Bayern-Sicht die Frage, inwieweit der noch eingeplant ist oder nicht, wenn da jetzt ein Führig kommt. Dazu hast du ja vorne auch noch, was hast du alles rumrennen? Alter, hast du auch einen Tell rumrennen? Hier muss Jalla-mäßig könnte in der Ecke spielen, vielleicht wird es sogar auch noch mal irgendwie irgendwann mal ein Gerücht bei den Bayern. Du hast eine Sané, du hast auch noch einen Knabry in der Breite und sowas, Coman und so, also das stelle ich mir schon generell schwierig vor, bei den Bayern da vorne irgendwie reinzurücken. Aber Sky berichtet so und auch andere berichten so, dass der wirklich sehr interessiert sein soll, die Bayern an Chris Führig. Witzigerweise wurde jetzt auch Eberl befragt, hat eine tolle Karriere bisher, wurde bei Dortmund ja quasi aussortiert, einen coolen Weg gemacht über Paderborn, jetzt in Stuttgart spielt eine herausragende Saison und so weiter und so fort. Auch gesagt, dass es klar ist, dass sie gute deutsche internationaler Spieler auf dem Zettel haben, ist ja ganz klar, sonst würden sie ihren Job nicht machen und bla bla bla. Nach dem Motto 20 Millionen Ablösesumme, das ist viel Geld, aber irgendwie so ein bisschen Transferstrategie von den Bayern oder verbale Strategie von den Bayern dazu zu tun, als wären 20 Millionen für die viel Geld so. Aber bei Führig, keine Ahnung. Wie gesagt, Ausschieksklausel ist da, klar, trotzdem hat er auch erst vor kurzem verlängert. Ich sehe es bei ihm ehrlicherweise nicht. Jetzt kommt auch Dortmund noch dazu, auch ein Gerücht, dass Dortmund wohl interessiert sein soll an Führig. Wer auch der Klassiker, wie gesagt, vor ein paar Jahren da quasi aussortiert, Paderborn und Stuttgart dann irgendwann wieder zurückgeholt wird. Also der klassische Dortmund-Transfer Führig finde ich irgendwie bei ihm jetzt natürlich auch davon ab, wie er bei der EM performt. Das ist auch ganz klar. Muss gucken, wie der da performt, ob er dann noch mehr Interesse weckt, wenn er eine überragende EM spielt. Aber da muss ich sagen, irgendwie sehe ich es nicht. Also Bauchgefühl sagt irgendwie, das Führig nicht wechselt schon im Sommer. So den Bayern sehe ich irgendwie auch nicht so wirklich. Also warum? Keine Ahnung. Also wenn ich mir den Kader von den anschaue, perspektivisch und sowas, ich sehe es irgendwie nicht. Leipzig-Leverkusen, ja gut, ja Dortmund, weiß ich nicht. Also irgendwie vom Bauchgefühl kann es gar nicht weiter argumentieren, sage ich mal. Aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass Führig wechselt. Plus bei Führig, auch da natürlich auch das vielleicht für Thema Fußball, für Romantik, Thema, keine Ahnung was, Thema Naivität oder so in Verbundenheit mit sowas wie Fußballromantik oder fußballromantische Gedanken, sage ich mal. Weil klar, Führig spielt eine absolute Weltklassessaison gerade und wir haben ihm jetzt auch mittlerweile viel zu verdanken. Aber bei Führig, haben wir ihm auch sehr viel Zeit gewährt. Also ich glaube, der wird uns auch dankbar sein oder irgendwie nicht was schuldig sein. Das ist die falsche Formulierung. Aber so im Sinne von, der kam da so ein bisschen als González-Ersatz von Paderborn, hat wirklich seine Zeit gebraucht. Das gesehen hat, immer wieder Ansätze, aber so das Endprodukt kommt nicht, hat ein, zwei Jahre gebraucht. Dann auch teilweise eben nicht irgendwie so unabdingbarer Stammspieler geworden, wie es jetzt eben aktuell ist. so irgendwie, keine Ahnung, ist das was anderes, wie ein Gerasider hierher kommt und schon von Beginn an irgendwie alles zerschießt oder sowas. Also Führig hat auch von der Entwicklung her, wie wir mit Zeit gelassen haben und so, darauf wollte ich eigentlich hinaus beim Thema schuldig in Anführungszeichen uns auch so ein bisschen wie, irgendwie ein bisschen Dankbarkeit oder sowas da, glaube ich, bei uns. deswegen in dem Sinne, auch dass es jetzt nicht tiefer ist, dass es irgendwie klingen soll, aber in dem Sinne würde ich so einem auch einen Tacken, sag mal, einen Tacken übler nehmen, wenn es am Sommer schon geht, sag ich mal, weil, wie gesagt, du hast ihm so viel Zeit gelassen, so viel Entwicklungszeit gegeben, jetzt klappt es dann und danach sagt er, hey, komm, dann gehe ich auch direkt, wenn es klappt und such den größeren Verein, das größere Geld, whatever. Auch da ganz generell, wie gesagt, Thema naiv, Thema Fußballromantik, aber, ey, wenn du wirklich nächste Saison Champions League spielen kannst, mit dieser Mannschaft, mit der es ja wohl scheinbar allen Spaß macht zu spielen, wie es immer wieder heißt, mit dem Trainerteam, mit dem es nur Spaß machen kann, Hülens und so weiter, mit den Fans, da geht es ja auch ab, werden immer wieder gelobt, das ist ja absoluter Vollwahnsinn, auch schon Abschiedskampf immer wieder gelobt worden, weil wir einfach geil sind, so ist es halt einfach auswärts und zu Hause, wenn man dann sagt, ey, nö, mache ich nicht, so spiele ich gerade gut, wer weiß, wie ich nächste Saison spiele, lieber jetzt schon weg, bevor ich den Schritt nicht gehen kann, was man ja irgendwo, sag ich mal, aus Spielertransfers, aus Spielerkarriere, Planungssicht verstehen kann, wenn man sagt, ey, keiner weiß, wie nächste Saison läuft, jetzt kann ich den großen Schritt machen, dann mache ich den lieber jetzt schon, aber ich sage, so fußballromantisch, so fußballromantisch naiv, sag ich mal, keine Ahnung, ich sehe kein Argument, natürlich ist es aus Fanperspektive, aus VfB-Fanperspektive, aus VfB-Perspektive auch, aber ich sehe keinen Grund, Digga, warum denn, Junge, wenn du spielst so eine Weltsaison, kannst dich belohnen mit Champions League, dann mach doch diese Saison Champions League wenigstens, wir sprechen gerade von Champions League, weil wir gerade da sind, vielleicht wird es auch noch in der Euroleague, keine Ahnung, aber Stand jetzt in der Champions League, warum nicht, warum nicht mit dem Verein, mit den Fans, mit dem Trainer, mit der Mannschaft, warum ernte ich nicht das, was ich hier gesät habe, nach Abschiedskampf, eine Weltsaison, Spiel die beste der Vereinsgeschichte, dann ernte ich doch das, zumindest auch die Saison darauf, du kannst ja von mir aus auch schon im Winter gehen dann, weil die Ausschussklauseln gültig sind, wie lange die gültig sind, keine Ahnung, aber dann geh halt von mir aus im Winter, wenn es scheiße ist und nicht gut läuft, dann wünschst du auch noch einen Abnehmer so, aber mach das doch noch, oder von mir aus 2.25, nochmal ein anderes Thema, nächster Sommer 2.25, aber du solltest das doch ernten wollen, du solltest das doch ernten wollen, was du gerade hier gesät hast, was du hier von dem Wahnsinns Saison spielst, mit der Truppe, mit den Fans und so weiter, ich würde das ernten wollen, so, dann kannst du gucken, Winter, kannst du gucken, Sommer, keine Ahnung, wie es weiterläuft, kannst du gucken, was kommt an Clubs Plus, eben auch da ist ja auch noch, das ist gar kein fußballromantisches Argument, es ist einfach ein logisches Argument, würde ich sagen, Thema Champions League, wo kriegst du sonst bitte, wenn du da irgendwo höher, schneller weiter willst und mehr Gehalt und der große Vertrag und bla bla bla, bei welchem großen Riesenklub der ein Upgrade zum VfB wäre aktuell, auch das ein Thema, wenn er ein Upgrade zum VfB wäre, zum dritten der Bundesliga aktuell, zu wem willst du da gehen, wo du einen Champions League Startelf Platz garantiert hast, immer wieder bei Gerasi auch gebracht das Argument, zu wem willst du denn gehen, wo du weißt, ich spiele als Stürmer Nummer 1 Champions League Fußball, das find mal bei Real Madrid, das find mal bei, was weiß ich was, bei den Bayern, das find mal bei Barcelona, das find mal bei Main City, so bei Liverpool, das ist nicht so einfach, also ich sehe immer noch sehr, sehr viele Argumente für den VfB, wie gesagt, die haben alle ihre Ausstiegsklauseln, ist auch ganz klar, da immer wieder drüber gesprochen, da wirst du halt nicht drum herumkommen, im VfB aktuell leider, oder noch in dem aktuellen Status, vielleicht irgendwann, wenn du ein paar Jahre Champions League vorweisen kannst oder sowas und mehr vorweisen kannst, dann kannst du vielleicht irgendwann auch später so überzeugen, dass sie eben keine Ausstiegsklauseln einbauen, weil sie das Weite suchen, irgendwann, wenn es gut läuft, aber wie gesagt, hier aus fußballromantischen Gründen, aber auch aus logischen Gründen, irgendwie habe ich das Gefühl, führe ich, nee, der geht nicht schon im Sommer, irgendwann, vielleicht ja, aber nicht im Sommer, und da ist das nächste Thema, der würde sich sehr freuen, wenn es wohl recht, recht bald, ja klar werden würde, dass er mit dem VfB bleiben kann, er würde sehr, sehr gerne bleiben, VfB-Bassel wollen ja natürlich auch halten, 17 Jahre alt, der Mann, 14 Tore, 7 Assists in dieser Bundesliga-Saison, absolut Weltklasse, und der, da schreibt der Sky weiter davon, sind die einzigen, die es so betiteln, ich bin hoffen wir einfach mal, dass Sky damit recht hat, dass die Ausstiegsklausel aktuell zwischen 13 und 15 Millionen Euro liegt, und das ist eine Summe, die du absolut machen musst, andere natürlich jetzt auch berichtet, dass die Ablösesumme hoch ist, und dass Gespräche wohl frühestens Mitte April aufgenommen werden, berichtet die BILD, die berichten auch den Zusatz, dass wir zum so hohen Ablösesumme als Hürde, dass UNDAF den Wunsch wohl hätte, zum Topverdiener beim VfB aufzusteigen, und klar, ich meine, es ist immer noch Fußball, und viele können labern, was sie wollen, und hinterherum was anderes fordern, aber ey, also bei einem UNDAF kann ich es mir nicht vorstellen, dass es bei dem ein Dealbreaker wird, dass der irgendwie abgehobene Gehaltsvorstellungen hat, so wirkt der auf mich überhaupt nicht, nach außen, wie er kommuniziert oder so, dann muss er schon sehr, 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 sehr guter Schauspieler sein, wenn das wirklich so, so stimmt, dass der ja noch vor einem Gerasi oder sowas, oder vor einem was weiß ich was hier, ähm, auf einmal Topverdiener werden will, bei seinem neuen Vertrag, das Detail kann ich mir irgendwie nicht ganz vorstellen, will ich mir auch nicht vorstellen, hier zum Beispiel schreiben auch wieder andere, Fußballtransfers und sowas, dass die Ausschükslausel von UNDAF eher im Bereich der, äh, von Fußballnews, ähm, reagierend auf fußballtransfers.de, äh, fußballtransfers.com, so rum, ähm, die haben die Infos wohl, dass die eher im Bereich der 22-Millionen-Euro-Marke liegt, ähm, deswegen, das ist wieder eine andere Geschichte, und darüber berichten ja auch viele, oder sag mal die meisten, dass die halt in die Richtung von 18, 20, 22 Millionen geht, eben durch den Zusatz, Champions League, Quali macht das Ding, äh, teurer, äh, die Ausschüks-, äh, die, die, die Kaufoptionen, äh, in der Leihe, ähm, das berichten halt dann doch ein paar mehr als dann Sky, die eben nur, sag ich mal, vergleichsweise, vergleichsweise von 13 bis 15 Millionen, ähm, sprechen. Und das ist natürlich schon, da müssen wir schon, oder würde ich mal sagen, hoffen wir sehr darauf, dass Sky mit der Info recht hat, aber auch so, egal wie, wie gesagt, wir sind natürlich finanziell immer noch nicht geil aufgestellt, sag ich mal, Champions League Geld kommt dann hoffentlich rein, oder vielleicht dann eben rein, internationales Geld, ähm, wie gesagt, viele kommen jetzt vielleicht mit Porsche oder so, aber die wollen ja eigentlich eher in Nachwuchs und sowas gehen, aber das ist kein, kein Porsche-Deal irgendwie, irgendeine Porsche-Dranche, auf einmal den Undaf bezahlen, ist auch ganz klar, aber ey, wenn du dich weiterentwickeln willst, wenn du das Niveau auch halten willst, 13 bis 15 Millionen musst du machen für den Undaf, drüber hinaus, ey, 20 Millionen, 22 Millionen, klar, der ist 27, irgendwann 28, der wieder verkauft wird, könnte sehr, sehr schwierig werden beim Dennis Undaf, ist absolut ein Gegenargument dafür, aber vom Ding her, das musst du doch eigentlich machen, das ist so ein Gewinn für die Mannschaft, menschlich, auch als Repräsentant vom VfB, ein geiler Typ, spielt hier wahnsinnig geilen Fußball, geile Saison, auch eben mit dem Zusatz, dass vielleicht ein Gerasi auch im Sommer wechseln, hast du wenigstens ihn schon mal als sicheren Backup gesichert, oder könntest du ihn dann quasi auch von der Ablösesumme zahlen, die ein Gerasi einbringt, so ganz simpel gerechnet, sag ich mal, weil auch das muss man sagen, wenn du einen Undaf dann eben nicht behältst, weil er zu teuer ist, mit der Kaufoption und Gehalt und zu Geschichten, also das Niveau von einem Undaf, den auf demselben Niveau zu ersetzen, das ein Undaf gerade liefert, da muss ja so oder so auch wieder 15, 20, wenn nicht sogar mehr Millionen ausgeben, für das Niveau Undaf, das ist ja auch ganz klar, das ist ja nicht so, als würden wir jetzt hier Undaf als Option haben, mit dem geilen Niveau aktuell für 15 bis 20 Millionen oder sowas, je nachdem, was da jetzt genau stimmt, aber wenn wir nicht holen, dann ist in Ordnung, das nächste Talent für 7 Millionen, das macht es bestimmt genauso gut. Kann natürlich auch sein, dass du das nächste Riesentalent holst und es ist ja eben auch der VfB-Weg, Talente holen, weiterentwickeln und so weiter und so fort, aber die Garantie hast du eben nicht, wenn du wirklich nichts, sondern Champions League spielst oder Europa League spielst, Europäisch spielst, egal wie, dann sollst du eben das Niveau auch halten können, mithalten können und eben, das wollen sie auch machen, darauf aufbauen logischerweise, dieses Jahr auch wieder eine sorgenfreie Saison spielen, vielleicht auch wieder um Europa spielen und so weiter und dafür kannst du deine Mannschaft nicht krass abbauen, darfst du natürlich auch nicht übertreiben im Sommer, das ist auch schon oft angesprochen, darfst nicht übertreiben im Sommer, irgendwie die wildesten Sachen machen, irgendwie krasse, zu krasse Moves machen, zu viel Geld ausgeben oder über dein Verhältnis im Leben, ist auch ganz klar, da müssen sie sehr behutsam und sehr clever vorgehen, aber worauf ich eigentlich hinaus will, und auf 13, 15 Millionen musst du eigentlich machen, weil das Niveau kriegst du halt auch auf dem Transfermarkt für nicht weniger als das. Wir hatten auch die Griechen hier zum Beispiel als Beispiel hier, Pavlidis und Ioannidis oder so hießen die, die waren ja auch alle in diesem Bereich, 15 Millionen, 20 Millionen, 18 Millionen oder sowas, die ja noch eher als Gerasiersatz dann, aber das Niveau, das Kaliber und darf, kriegst du eben auch nur für das Geld. Das solltest du, finde ich zumindest, wenn du es dann wirtschaftlich und so weiter finanziell sinnvoll oder das auch hast, ohne dem Verein quasi zu schaden, sag ich mal, dann auch ziehen, wenn du das Niveau halten willst und dich weiterentwickeln willst. So, und dann nochmal zu Maximilian Mittelstädt tatsächlich, weil hier tatsächlich vom DFB offiziell wurde Mittelstädt zum Spiel des Spiels gewählt gegen die Niederlande. Auch das ist ein sehr, sehr geiles Zeichen und auch zu ihm gibt es das erste kleine Gerücht von der Gazzetta Dello Sport aus Italien, nämlich soll Juventus Turin Interesse haben an Maximilian Mittelstädt. Auf dem Niveau sind wir schon angekommen bei Geilstädt. Das ist schon sehr, sehr wild, wobei Juve aktuell schon fast ein bisschen unter uns zu bewerten ist. Also auf diese Sorge sehen, ganz ruhig, nicht in der Schnappatmung verfallen, aber Juve ja gerade nicht mehr das Juve von früher, sag ich mal, nicht mehr diese Dominanz und so weiter, aber schon auch ein Name, ein namhafter Klub, der wohl tatsächlich an den Mittelstädten interessiert sein soll. Mal gucken, wie viele Gerüchte da noch kommen zu ihm, was ja sowieso vorgewählt wäre. Wie gesagt, vorhin schon angesprochen, Hertha abgestiegen zu uns, Fragezeichen, wie läuft das? Und auf einmal Nationalmannschaft und Juventus Turin, interessiert sich für dich. Das ist schon sehr, sehr heftig. Waldemar Anton ist das Nächste, kurzes kleines Gerücht, hier wohl vom Kicker, dass Leverkusen und Villarreal wohl interessiert sind an Anton, das auch schon länger und der hat ja auch eine Ausschussausse von 25 Millionen Euro im Sommer. Da glaube ich vor allem Leverkusen gefährlich. Ich weiß nicht, wie die da in der Innenverteidigung planen. Haben wir ja eigentlich mit hier Anton Tabsuba und so weiter und so fort. Kusunur eigentlich sehr viele starke, aber natürlich wäre das auch so ein bisschen ein Move, der wohlwerdende deutsche Meister. An Anton interessiert vom zweiten Überteam der Liga in der Saison. Aber ja, mal gucken. Anton ist Kapitän bei uns. Ich glaube, da habe ich sie jetzt auch in erster Linie mal nicht wirklich Gefahr, aber natürlich auch das, auch der weckt Begehrlichkeiten. Dann sind wir noch mal bei zwei anderen von der Nationalmannschaft, oder von Nationalmannschaften, aber eben nicht von Deutschland, nämlich Dahoud ist das Erste. Da gab es ein paar ganz komische Meldungen irgendwie vor Syrien-Debüt abgereist. Dahoud hat sich ja entschieden, für Syrien zu spielen, statt für, oder gut, vielleicht schon wurde nicht nominiert, aber er hat schon mal gespielt für Deutschland und jetzt eben dann gewechselt zu Syrien. Und da gab es jetzt ein Statement von ihm, weil der tatsächlich da ja irgendwie wieder raus ist aus dem Quartett dann in Saudi-Arabien, die wieder verlassen hatte. Der Verband sei nicht in der Lage gewesen, die von Dahouds Berater gestellten Forderungen zu erfüllen, hieß es dann. Und er hat auch ein Statement abgegeben, Dahoud, was hier übersetzt wurde, auch von Sky, dass er hier nochmal seinen Standpunkt klarstellen möchte. Ja, Thema so ein bisschen, jeder Spieler sollte in der Lage sein, sein Bestes zu geben und sein Land, seine Flagge und seine Nationalmannschaft zu ehren. Und um dies zu tun, soll jeder Spieler die bestmöglichen Bedingungen vorfinden, insbesondere auf dem Spielfeld. Der Spitzenfußball funktioniert nach bestimmten Grundsätzen, die bekannt sind, respektiert und erfüllt werden müssen. Und ja, da war wohl irgendwie das Gefühl da, dass die nicht ganz da sind, die Grundsätze und Bedingungen nicht eingehalten werden, wohl irgendwelche Versprechungen, die nicht erfüllt werden und deswegen musste er wohl irgendwie zurücktreten, abreißen. Ja, keine Ahnung, schwierig irgendwie, schwierig irgendwie, weiß ich nicht, um was es da geht, Trainingsbedingungen, finanzielle Bedingungen, ich habe absolut keine Ahnung, da gab es auch nichts weiteres, deswegen komplett im Land der Spekulation auf jeden Fall irgendwie ein komischer Move, weil irgendwie am Anfang ein schönes Ding, irgendwie auch mit seinem Statement her, von wegen, ja, familiär und so Geschichten, den Leuten was zurückgeben, deswegen will ich jetzt für Syrien spielen, jetzt wieder diese Abreise da, irgendwie ein komisches Ding. Und auch was Schönes zum Ende, Mio, U23, auch der, weil er, glaube ich, schon ein paar Mal nominiert, jetzt eben auch offiziell sein Debüt gefeiert gehabt, in der 58. Minute kam er rein beim 3 zu 2 gegen die Elfenbeinküste und eben bei ihm auch der Zusatz, dass er wohl damit auch tatsächlich im vorläufigen französischen Olympiakader steht, weil das war die U23 von Frankreich und das ist schon sehr spannend, also Heim-Olympia quasi, wenn wir so in der Sprache bleiben, so Heim-M und Heim-Olympia mäßig, weil er ist ja in Frankreich, deswegen wäre, glaube ich, auch eine sehr große Ehre für Mio und eben generell auch für Leute eben in ihrem Land bei so großen Veranstaltungen, Turnieren dabei zu sein und wäre auch ein geiles Zeichen für Mio, wirklich, wenn er es bis in den Olympiakader schaffen würde und damit kann ich hier auch ein bisschen anteasern schon mal, weil wir sind mit der Folge wieder durch und kann hier an der Stelle tatsächlich auch die nächste Folge anteasern, die vierte dann, weil da geht es auch um die Marktwert-Updates und da haben die Nationalmannschaftseffekte ordentlich reingekickt, auch das wie gesagt in der nächsten Folge, hier werden wir auch gerne alles in die Kommentare, falls ihr es eh schon getan habt, auch hier wie immer vielen Dank fürs Zuhören, viel mehr als fürs Zuschauen hier mit dem Standbild auf YouTube oder eben wer es auch auf Spotify und sowas nur als Podcast hört und auch hier auch wie immer gerne kostenlos Like und Abwarten lassen, ganz klar, wichtig für den Support, für das Wachstum hier, für unsere VfB-Community, ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Danke. Danke.